Ich muss Charley beschützen, oder? Charley? Oh. Drake, es ist schon gut. Ihr Leute mit den Dragoonspüten, warum stört ihr meine Ruhe? Was bist du dann? Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind gekommen, um das Leben unserer Feindin zu retten. Das Leben, euer Freundin? Erinnerst du dich an mich? Du bist Rose, nicht wahr? Oh, ich verstehe. Du bist seitdem auf deiner traurigen Reise gewesen. Du auch, Charley. Hast du nicht eine Dragoonspflanze für uns übrig? Charley leiten an Drachenvergiftung. Drachen? Oh, die sind immer noch im Leben. Leider habe ich keine Dragoonspflanze. Was wird denn auf Shana? Es gibt eine Möglichkeit, sie zu retten. Ich würde alles tun. Sag mir, was es ist. Dragoonspflanze ist ein Dragoonspflanze. Wow. Wow. Dragoonspflanze? Versuch mich zu besiegen. Wenn du es nicht schaffst, dann ist das Schicksal des Mädchens besiegelt. Noch ein Bosskampf. Aber ein spezieller. Ja, dann holt er jetzt. Ja, drauf, los, los. Wir machen sie fertig. Nö. Schön verteidigen. Ja, nicht angreifen. Dann greift Charley uns auch nicht an. Ja. Denn dann stellt sie nur Fahrt. Dart, Lovitz. Äh, Dart, Lovitz. Wofür kämpft ihr? Für alle, die wir lieben. Dart, lege mir dein Herz offen. Mhm. Ups. Oha, Shana? Dart, ich habe gewartet. Warum bist du gegangen? Ohne etwas zu sagen. Äh, habe Schwarzes Monster verfolgt. Das Schwarze Monster? Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwie falsch antworten geben kann. Also ich antworte irgendwie nach bestem Gewissen und Gewissen. Dart, was hast du vor, wenn du das Schwarze Monster gefunden hast? Ich weiß nicht, ob du das hast. Mich rächen natürlich. Rache? Falschansot. Ich will sterben. Bitte vergiss deine Rache und bleib bei mir. Das Monster oder ich da? hat wirklich ich bin so froh da hat das kam ich an mehr machen was mit einem schwarzen Monster das habe ich nicht gesagt da ist da jetzt zeigt mir und du glaubst hartig europa king albert wir haben stehen seine stimme la witz was machst du ja vergisst schana kommt zurück eigentlich kann nein ich kann nicht verweigest du dein befehl siehst du doch er nähert sich mit seinen lebenspunkten der 500 euro marken 500 punkte marken la witz verweigest du den befehl stellst du eine über viele schana brauchen schana braucht nicht gut gut gesprochen la witz so spricht ein ritter von sergio das leben ist kostbar ob ein einzelnes oder das fehler hilf schana da hat wenn du halt da hat wenn du weiter gehst liegen schwere proben vor dir willst du gehen ich gehe egal was kommt ihr tapferen jungen menschen ihr werdet die ganze wahrheit sehen wendet euer blick nie ab nur völliges hinnehmen bringt euch auf den weg david ich frage dich wen oder was willst du am meisten beschützen meine mutter mein land meine mutter mein land mein land wäre gleichzeitig auch meine mutter meine mutter es ist menschlich sich um seine eltern zu sorgen du bist mehr mensch als ritter eltern lieben ihre kinder und kinder sehnen sich nach ihren eltern diese bande machen menschen stark vergiss nie dass jemand auf dich wartet so jetzt du rose was würde ich dir leben hab nie darüber nach ich habe nie darüber nachgedacht rose ich sehe das ende deiner schmerzensreiche reise der junge mann dort wird den alten und dich in die zukunft führen erhält nun den dunklen weg mit meinen weissen dragoon spitz die neuen dragoons gewonnen ja das ist es ist eigentlich kein kampf ich glaube es ist es kommt ja nicht mal bossfeil muss ich oder haben nicht gern mal drauf silberstein hab nicht mal drauf gehabt es gibt auf jeden fall erfahrung ohne ende wow hui spiel des weiß silbernen dragoon erhalten das war wunderbar nimm das mit so wie ich es dir versprochen habe ich möchte dich aber noch um einen gefallen bitten er hat meinen frieden gegen die unzeilten angriffe von banditen bewahrt er hat sich für mich euch entgegen gestellt bitte rette drake bitte rette drake ich habe keinen körper deswegen kann ich mich der macht des dragoonsbilds nicht bedienen aber ich fühle keine kraft wenn ich es so halte das mit dem dragoonsbild des rotäugen drachen geistes hui das ist es dein rotäugen drachen zieht die heilkraft des weiß silbernen dragoonsbilds an ah 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 bin ich am leben gut ah damit können wir sie retten dort dort der wahrheit ins gesicht zu sehen ist manchmal schwärzhaft aber du wirst darüber hinweg kommen ja jup shirley hat dort liebe walrose ich freue mich auf den tag an dem uns unser schicksal wieder zusammenführt und weg ist sie shirley sie geht dorthin wo sie hingehört lasst uns gehen shana wartet äh falscher weg also im sinn von wir haben überall schatztrum gefunden aber wo war was richtiges drin hm was könnte man denn hier klauen oh man kann hier noch rein aha hihihi 20 gold erhalten 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 dämon stilett 20 gold erhalten 20 reihe das dumm dämon stilett das ist sehr guter waffe für robs schreck gegner mit einem bestimmten wahrscheinlichkeit nehmen wir sehr wahrscheinlich nicht um die hälfte okay das hätten wir mal geschafft